Aus dem Erzgebirgs-Almanach. In der Gemeinde Sematal entsteht vor zwei Jahrzehnten ein Erweiterungsbau für die Schule. Am 10. Oktober 2002 wurde Richtfest gefeiert. Der Neubau steht gleich neben dem bereits genutzten Schulhaus. Beide Gebäude sind durch eine Brücke über die Sema verbunden. Möglich wurde das Millionenprojekt durch das Bekenntnis der Einheitsgemeinde Sematal, eine Mittelschuleinrichtung, nämlich die in Sema, für die gesamte Gemeinde zu nutzen.